Alles, was du tust, hat seinen Preis. Die Frage ist nur, wie viel bist du bereit zu zahlen? Idol einer ganzen Generation. Wir hatten eine Million Euro, mit 17, 300.000 für jeden. Ich mein, das ist wahrscheinlich ein fucking Genius. Also dann, auf die erste Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel. MyDrogs hat so ein enormes Potential und es wäre doch schade, das nicht zu nutzen. Die bringen uns um, wenn wir aussteigen. Ja, ich muss den Rest meines Lebens für die arbeiten. Weißt du das? Wir brauchen ein größeres Team, Jungs. Ich habe auch schon jemanden in meinem Kopf. Ich dachte an Kira. Kira? Lenni hat mir so ungefähr alles von dir erzählt. Warum interessiert sich Mädchen mal ein bisschen für dich? Versuchst du alles, was ich aufgebaut habe? Weißt du, was noch beschissener ist als eine Freundin, die alles über MyDrogs weiß? Eine fucking Ex-Freundin, die alles über MyDrogs weiß. Was willst du denn hören? Dass ich ein internationaler Internet-Hombaarum bin, oder was? Du bist was? Nee. Bin ich natürlich nicht. Da wartet man sein ganzes Leben darauf, dass man endlich erwachsen wird und sich dieser scheiß Knoten im Hirn löst. Nur um dann festzustellen, dass man noch irrer wird. Guck, guck. Und wenn ihr nicht gewesen wärts, dann wär unsere Buber jetzt noch mehr Leben. Wie tief steckst du in der Scheiße? Äh, was soll ist das? Schlechtserfahrung mit Schusswaffen. Wenn es einen Knopf geben würde, der alles löscht, was wir jemals gemacht haben. Würdest du den drücken? Komm mal, den Move kennen wir inzwischen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020